In den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es eine Gruppierung von Menschen, die glauben, dass, wenn Jesus das nächste Mal kommt, er in den Vereinigten Staaten wiederkommen wird. Allgemein wird geglaubt, dass er am Ölberg in Jerusalem wiederkommen wird. Aber jetzt sagen Menschen in den USA, warum sollte man nach Israel gehen? Das ist kein geeigneter Ort. Er wird in den Vereinigten Staaten wiederkommen. Also stellten sie mir in einer großen Versammlung eine solche Frage. Sagt, Guru, was denkst du? Wird Jesus in den Vereinigten Staaten oder in Jerusalem wiederkommen? Ich sagte, nun, letztes Mal kam er nach Jerusalem. Und er sagte, komm, folge mir. Nur zwölf Menschen. Heutzutage feiert er ihn als ein großartiges Wesen, aber nur zwölf Menschen folgten ihm. Von denen hat einer ihm übel mitgespielt. Richtig? Aber wenn er heute in die Vereinigten Staaten kommt, wenn er sagt, komm, folge mir. Du hast einen Bankkredit, einen Studienkredit, einen Autokredit, einen Hauskredit, einen Ferienhauskredit. Du bist für 45 Jahre mit einer Hypothek belastet. Wenn Jesus sagt, komm, folge mir, wird niemand da sein, weil jeder zur Bank gehen muss. Du hast dich also in einer solchen Weise verstrickt, dass selbst, wenn die bedeutsamsten Dinge passieren, du die Richtung deines Lebens nicht ändern kannst. Hallo? Falls dir die großartigsten Dinge begegnen, kannst du die Richtung deines Lebens nicht ändern. Das ist ein Sklavenleben, nicht wahr? Was ist Sklaverei? Er kann nicht wählen. Das ist Sklaverei, nicht wahr? Jetzt triffst du diese Arten von Vorkehrungen in deinem Leben. Du kannst nicht wählen, du steckst fest in deinen eigenen Vorkehrungen. Eine Spinne webt ein Netz, damit andere Dinge sich darin verfangen. Aber wenn du die Sorte Spinne bist und du ein Netz baust, in dem du dich verfängst, bist du eine dumme Spinne, nicht wahr? Und die meisten Menschen sind in diesem Zustand. Wenn etwas Bedeutsames passiert, du gehst in diese Richtung. Wenn etwas wirklich Bedeutsames in dieser Richtung passiert, kannst du in diese Richtung gehen. Deine Vorkehrungen werden nicht zur Falle für dich. Das ist ein intelligentes Leben. Wenn du clever genug bist, wirst du Vorkehrungen treffen, die dich unterstützen. Keine Vorkehrungen, die dich verstricken, ist das nicht so?